Nach Verlobung, Kevin Janik und Kati turteln heftig im Netz. Kevin Janik und Katharina Wagner, 27, genießen ihr Liebesglück in vollen Zügen. Das Pa blickt auf eine turbulente gemeinsame Zeit zurück, nach ihrer gemeinsamen Ayudevon. Teilnahme verliebten sie sich, darauf folgten eine Verlobung und ein gemeinsames Baby, aber auch mehrere Trennungen. Im März machte der Muskelmann dann aber Nägel mit Köpfen und seiner Traumfrau nochmal einen Antrag. Kevin und Kati scheinen seitdem auf Wolke 7 zu schweben. Auf Instagram teilte das Paar mehrere Fotos und Videos von einem gemeinsamen Spa-Tag. Auf den Fotos schmachten sich die beiden verliebt an, in einem Clip tanzen die Eheleute ein Spähenich, bevor Kevin seine Verlobte hochhebt und in den Whirlpool trägt. Ein Tag Flitterwochen, nach heute kann ich es kaum abwarten, bis es wirklich losgeht, schrieb die Blondine aufgeregt dazu. Für die privaten Einblicke bekamen die zwei viele Komplimente und liebe Worte von ihren Fans. So schön, euch so glücklich zu sehen. Oder ihr seid für mich das perfekte Traumpaar. Das wart ihr damals bei Aito schon und das wird sich für mich niemals ändern, schwärmten die Nutzer in der Kommentarspalte. Aito 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 Untertitelung des ZDF, 2020